Hallo und herzlich willkommen hier zu Step for the Generation und ja, hier in die Sims 4 bauen wir gerade Schritt für Schritt an einem Gemeinschaftsgrundstück und waren hier in der letzten Folge bei den Toiletten stehen geblieben. Ja, ich nehme das gerade heute an diesem Tag auf, wo ihr das seht und hoffe, dass sich jetzt die Turmprobleme und alles andere diverse erledigt haben. Also wenn es nicht so sein sollte, verzeiht es mir. Ich kann das leider erst in drei Folgen nachchecken, prüfen, wie auch immer. Und ja, dementsprechend sage ich einfach mal, let's go, lasst uns hier einfach mal weitermachen. Und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, was ich hier eigentlich vorhatte. Ich wollte jedenfalls irgendwie Waschbecken installieren, das weiß ich noch. Wo haben wir denn hier die ganzen Sanitär da? Ich wollte auch gerne gucken, ob wir nicht hier irgendwie Duschen oder sowas installieren können. Ich weiß, das ist zwar ein bisschen dumm, aber ich dachte, das wäre vielleicht ganz praktisch, weil wir ja sowieso schon so viel Platz hier haben. Warum dann nicht auch eine Dusche installieren? Wisst ihr, was ich meine? Ist jetzt vielleicht nicht die schlauste Aktion, aber die dümmste auch nicht. So. Weil dann gehen die da rein und dann gibt es hier wenigstens noch eine Duschfunktion in dem Sinne. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Nur ich glaube, eine Dusche reicht da auch, oder? Dass wir das hier so als größeres Badezimmer machen. Und weiß nicht, haben wir noch irgendwelche anderen Möglichkeiten? Sieht ja auch geil aus. Kalter Stahl. Okay. Ja, eine Badewanne ist auch übertrieben. Und ihr seht, ich habe mir die Whirlpools geholt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie die aussehen. Können wir uns auch gleich mal angucken. Stellen wir einfach mal nach hier nach draußen. Rein theoretisch könnten wir unserem Grundstück auch einen Whirlpool geben. So ist ja nicht, ne? Einfach mal so rein platziert. Ich frage mich gerade nur, woher wir das Ganze stellen. Hier beim Spielplatz ist es auch irgendwie doof. Ich meine, wir haben ja hier die Kleinpools. Und können wir hier rein theoretisch auch noch einen Whirlpool einarbeiten. Ich bin ja da mal nicht so. Hier ist es ein bisschen steiniger. Und was bist du? Du bist eher die Holzversion. Was haben wir denn hier am meisten? Ich würde sagen Stein, ne? Was für Farben können wir den hier dann noch packen? Ich glaube, weiß wäre hier gar nicht mal so übel, ne? Machen wir auch gleich mal. So. Und ich packe den mal so mit dahin. Jetzt würde ich gerne nur noch ein bisschen mehr Weg dorthin haben. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Weil wie immer muss ich jetzt den Weg erstmal identifizieren. Und es kann mal wieder etwas dauern. Weil ich mir nie merken kann, welcher das ist. Ist es der hier? Hm, seht ihr? So ist das. So, dann habe ich auch noch zweimal drauf gedrückt. Ähm, der hier? Nein. Der Kleine? Nein. Der. Nein. Dieser? Hm, nein. Der hier. Ja, ich habe ihn gefunden. Das ist immer der Letzte, den ich anklicken würde. Das ist so typisch. So, weil dann würde ich das hier auch noch ein bisschen anpassen. Aber nur so mehr schlecht als recht. So, damit das nur so angedeutet ist und bloß nicht zu hell. So, und dann würde ich mal das Ganze noch ein bisschen abschwächen. So, damit die Grenze nicht so hart wirkt. So. Ja, kann man machen. Dann haben wir jetzt hier auch ein Whirlpool mit eingearbeitet. Ich bin begeistert. So, dann gehen wir aber mal wieder zu unserem Badezimmer zurück. Damit wir das auch noch hübsch hinbekommen. Und wir brauchen nur noch ein Waschbecken, um unser Ziel hier zu erfüllen, habe ich gesehen. Dann können wir das Ganze sogar schon online stellen, sodass es auch funktioniert. Allerdings werde ich das Haus wie immer einfach erst zum Ende hochladen, damit es auch für alle Sinn ergibt. Ja, ich bin gerade echt am überlegen, was man hier noch reinpacken kann. Ich probiere es jetzt einfach mal mit Deko. Oh, neue Blümchen. Der ist ja hübsch. Der gefällt mir gut. Was bist du? Hecken. Die finde ich auch cool. Und das Ding finde ich auch super. Ist da was? Das stelle ich auch gleich mal rein. Einfach nur, weil ich es hübsch finde. So, haben wir hier irgendwas fürs Badezimmer? Ach, ganz viele Sachen. Wie cool. Also jetzt nicht fürs Badezimmer, aber generell neue Sachen. Ähm, 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 ähm. Hm. Das finde ich ja an sich ganz süß. Aber das nimmt so viel Licht weg. Aber ich finde es so an sich ganz cool, wisst ihr? Wenn man das so Deko-mäßig hier mit rein stellt. Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Meiner auch nicht wirklich. Aber ich mache ja auch gerne mal Sachen, die mir nicht unbedingt gefallen. Nur allein, weil ich nicht immer möchte, dass alles gleich ausschaut. Ich hätte mir schon irgendwie andere Badezimmer-Sachen gewünscht. Das ist alles sehr häuslich. Gefällt mir auch im Haus sehr gut. Aber für so eine öffentliche Toilette hast du echt nichts, außer ein Klo und ein Waschbecken. Gut, was willst du da mehr haben? Ist schon richtig. Aber ich finde es halt auch ein bisschen schade. Aber ich hätte mir echt ein bisschen mehr gewünscht. So, ich mache mal die Wände hoch. Wird wir hier auch was sehen. So. Ach, da habe ich letztens auch ein Regal angebracht, seht ihr? Ähm. Können wir da drunter auch nochmal das hinhängen? Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich da rauf platzieren wollte. Können wir da Kerzen rauf stellen? Nein. So. Aber ich werde jetzt erstmal zu den Waschbecken zurückgehen, damit ich ungefähr eine Orientierung habe, wie viele freie Flächen es gibt. Ähm. Ich überlege auch gerade, was wir für ein Waschbecken nutzen. Ich hätte ja schon gerne, was ein bisschen nach öffentlich ausschaut. Mache ich mal da hin. So. Und hier auch noch zwei, denn wir haben ja drei Toiletten. Nicht, dass sich das hier irgendwie staut. Das wäre ja alles blöd. So. Aber gehen wir mal zu den Spiegeln. Weil die Weile... Ich würde da gerne... Das wäre ja auch cool, ne? Aber leider stehen die Dinger davor. Ist das ein Dreierspiegel? Ne, nur ein Zweier. Schade. Wie groß ist der? Auch nur ein Zweier. Hier fehlt definitiv noch ein Dreierspiegel. Weil der hier ist einfach zu klein. zu Picola. Was ist das für ein Spiegel? Hat so ein bisschen Badezimmer-mäßiges. Aber ich meine, sind ja hier öffentlich. Hm, da finde ich den in der Mitte doch schon irgendwie besser. Dann hat irgendwie jeder was davon. Und man muss da nicht zwei hinhängen. Weil das finde ich dann wirklich zu sehr home. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Ja, ich hätte gerne noch irgendwie ein paar frische Blumen oder so. Damit das wenigstens... Ein bisschen wohnlicher ausschaut. Ähm. Was haben wir hier noch für Zeug? Einmal Taschentücher. Können wir die da hinstellen? Ne, schade. Hätte ich da gerne hingestellt. Dann stellen wir da oben welche hin. Hm. Seifenspender. Sobald da eine Blume draufsteht, kannst du auch nichts mehr hinstellen, ne? Es ist, äh, eine Katastrophe. Haben wir da noch einen Seifenspender? Ist auch okay. Äh. Da sind nochmal die Kerzen. Und noch mehr Bücher. Ja, wirklich mehr kannst du da auch wirklich nicht hinstellen. Aber wirklich. So, dann suchen wir uns da einfach noch eine kleine Pflanze raus. Die vielleicht. Dann sind wir ja hier mit im Blau wieder drin. So, vielleicht noch einen ein oder anderen Teppich. Dann wird sich die Reinigungskraft freuen. Es tut mir immer leid, wenn die Teppiche sauber machen müssen. Ich hasse Teppiche sauber machen. Ich, ich hasse es so sehr. Sammelt sich jeder Dreck drin, ne? Das ist so furchtbar. Ähm. Ein bisschen was Dunkleres. Ich hab jetzt echt was Großes gedacht gehabt. Aber das ist mir ein bisschen zu groß. Ich geb's ja zu. Ähm. Hm. Hm, hm. Hm, hm. Hm, 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 hm. Ja, so ist es, ne? Wenn man hier, äh, ein bisschen überlegt. Kann das schon ein bisschen dauern. Ja, der ist mir ein Stück zu lang. Wäre er ein bisschen kürzer. Wäre das voll gut. Aber ist er leider nicht. Wie groß ist der hier? Auch zu groß. Ich glaub, ich muss ein bisschen weiter hier unten gucken. Das ist der, den wir gerade hatten. Ich glaub, der hier ist mir wieder zu klein. Bingo. Wir können mit den Rundteppichen arbeiten. Aber mit denen arbeite ich ganz schön oft. Hm. So, ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber passiert. So. Dann wirkt es vielleicht etwas wohliger hier drinnen. So, die Pflanze stelle ich jetzt auch nochmal hier in jeden Raum rein. Einfach nur für die Optik. So. Dann steht die schon mal da. Die machen wir hier so ein bisschen als Sichtschutz vor dem Fenster. Und das andere Fenster, naja. Hat halt Pech gehabt. So. Dann ist hier jedes Badezimmer halbwegs gleich. Wir könnten rein theoretisch auch nochmal die Wand verschieben. Aber. Ich hoffe, dass sich das Fenster nicht mit verschiebt. Sehr gut. Ja, weil dann ist hier wenigstens ein bisschen mehr Platz drinnen. Na, dreh dich mal. So. Dann wirkt das nicht mehr ganz so eng. Hm. Ich habe gerade überlegt, ob man da irgendwas noch ranhängt. Aber ich frage mich, ob das so gut ist. Auf jeden Fall werde ich hier nochmal ein Handtuch in das Zimmer mitpacken. Weil, falls man sich hier duscht, soll man das wenigstens richtig tun dürfen. Hm. Vielleicht packen wir die Pflanze auch da in die Ecke jetzt. Nein. Komm her. Weil sonst wirkt das da, glaube ich, so kahl, wenn man da reinkommt. Hm. Ich glaube, ich bin doch die einzige Person, die sich darüber Gedanken macht. Jetzt weiß ich aber auch wieder, warum ich das Zimmer so gezogen habe. Weil jetzt hier das Badezimmer dunkel ist. Aber ich werde da einfach nochmal ein Fenster reinklatschen. Ist mir jetzt mal egal. So, nee, eins höher. Dankeschön. So, dann gehen wir mal noch eine Etage höher. Machen das hier einfach nochmal genauso. Und dann fällt das schon gar nicht mehr auf. Perfekt. So. Sehr schön. Dann gefällt mir das sogar halbwegs. Wir können jetzt nochmal die Teppiche sich hier wiederholen lassen. Aber ich denke, vorm Klo brauchst du jetzt kein Teppich liegen haben, bis eine öffentliche Toilette fertig ist. Ähm. Vorhänge überlege ich auf jeden Fall noch. Aber ich weiß, Sims 4 und Vorhänge, das sind so eine... Lieben Freunde. Ähm. Ja, mache ich das einfach mal so. Ist eigentlich kopfstwiegesprungen gewesen. Äh. Was können wir denn hier für Vorhänge machen, die da auch gut hinpassen? Ohne, dass sie gleich alles zukleistern. Weiß nicht, das wirkt so dunkel, wenn die da hängen, oder? Hätte ich die lieber hier so auf halb abgerollt. So. Kommen die überall hier so vor. Dann hat man wenigstens die Möglichkeit, das zuzuziehen. Wenn man sich zu beobachtet fühlt. So. Oh, dalle. Ja. Vollständigkeit her, aber ich mache da auch nochmal einen hin. Ähm. Wirkt das halbwegs gleich. Das wirkt so überdimensional groß. Deswegen werde ich da mal keinen hinmachen. Dann bleibt das an der Stelle offen. So. Dann wäre meine Variation soweit auch fertig. Da kommen jetzt nur noch Lampen rein. So. Beleuchtung. Vielleicht die Lampen hier. Aber die sind mir ein bisschen zu farbintensiv. Aber ich werde sie trotzdem mal nehmen. Weil wir sie eben gerade deshalb so selten haben. seht ihr hier aber im Badezimmer, werde ich mal noch einen Teppich reinpacken. Weil einfach so. Wo ist denn meine Alt-Taste? Ich kann es auch nicht schräg reinlegen, ne? Es wird nicht näher an die Dusche kommen. Schade. So, gehen wir da rein. Perfekt. So. Jetzt ist es ja auch glatt heller drin geworden. Sehr schön. Dann sieht man wenigstens, wo man hier ist und was man tut. Ja. Sehr gut. Dann haben wir die Badezimmer soweit fertig. Dann können wir ja gucken, was wir in den nächsten Räumen so machen. Hier wollte ich da auch noch so ein bisschen was überlegen. Ihr meintet auch, hm, naja, man kann ja hier auch einen Laden reinmachen. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob ich das jetzt unbedingt machen möchte. Ich glaube, ich werde das Ganze euch so in der Version zur Verfügung stellen. Dass hier oben die Räume leer sind und das ist unten auch. Sodass ihr euch das runterladen könnt, ohne dass irgendwas vorgefertigt ist. Und da einfach einen Laden reinbauen könnt. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Deswegen werden wir da jetzt noch Wandfarbe und einen Boden platzieren. Und in der nächsten Folge geht es dann in der Version weiter, wie ich es mir vorstellen würde. Ich glaube, dann haben wir einen ganz guten Kompromiss. Ich mache jetzt hier wirklich nur mal den Fußboden rein. Dreh den mal nochmal. So. Damit hier wenigstens nicht alles kahl ist. So. Ihr hattet mir auch ganz liebe Tipps gegeben, wie das hier mit der Wand funktionieren soll. Ähm, leider bezweifle ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ihr meintet, ich soll hier einfach einen Raum ziehen. Ähm, an der Stelle. So. Ähm, dort drin das Ganze löschen, was ich nicht haben will. Ähm, Moment. So. Und wenn ich das wegmache, soll das funktionieren. Seht ihr, da ist sofort wieder der Boden drin. Ist halt wirklich sehr ungünstig. So, wenn ich den Raum anklicke und den entferne, dann könnte das vielleicht auch funktionieren. Ah, so habt ihr das gemeint. Alles klar. Ja gut, das ist auf jeden Fall interessant. Das Einzige, was mich jetzt halt stört, ist, ähm, dass man hier noch diese Querstreben drin hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Äh, Moment. Das wollte ich haben. Das heißt, wenn man das hier an der Stelle zumacht, so, äh, dass noch die Bodenstreben zu sehen sind. Das finde ich halt ein bisschen doof, ist ein bisschen komisch. Aber an sich auch ganz nett. Ich würde es jetzt auch so lassen. Danke für den Hinweis, Leute. Das ist echt lieb gewesen. Habe ich mich gerade mal so dran erinnert. Ja, ich habe manchmal echt so ein Gedächtnis wie ein Sieb, ne. Das mache ich dann wirklich nicht böse. Aber dann schwirbt mir so viel anderes im Kopf rum, dass ich so simple Sachen einfach mal vergesse. Ich überlege gerade, ob wir das gelb machen oder eher in so einem rosa Ton, weil wir ja auch draußen alles rosa haben. Ich habe nur Angst, dass das rosa zu intensiv wird und alles erschlägt. Das ist halt so ein bisschen meine Befürchtung. Und das ist eher schon so ein lila Ton. Oh nein. Ja gut, wir hören es. Die Soundprobleme haben sich leider nicht erledigt. Das ist ein Träumchen. Warten wir einfach mal kurz ab. So, dankeschön. Ah, das ist echt ärgerlich, ne. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Ich habe jetzt alle möglichen Sachen bearbeitet. In der Hoffnung, dass ich die Quelle allen übelst finde. Aber anscheinend habe ich sie nicht gefunden. Schade, ich weiß echt nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel. Es hat auch alles angefangen, als wir einmal hier eine SBS-Folge hatten. Ich erinnere mich da dran. Das ist halt echt doof. Weil seitdem läuft das Spiel auch so langsam. Und ach, das ärgert mich alles ein bisschen. Aber gut. Das war es dann auf jeden Fall für diese Folge. Das ist dann hier das Endergebnis. Und ja, wenn ihr euch das gerne downloaden möchtet, könnt ihr einfach in die Videobeschreibung gucken. Ich werde es wahrscheinlich hochgeladen haben. Wenn nicht, einfach mal in die Galerie schauen. Unter C18 Ina. Da findet ihr das. Und ja, dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.